Ich bin sehr froh, dass wir dich hier dabei haben. Na, du bist doch schön. Oder, Leute? So. Jetzt aber Schluss mit der Liebe hier zwischen uns. Jetzt geht's hier weiter im Team Nico Santos. Und da kommt jetzt, äh, ja, die zweite, die von ihm gerettet wurde. Auch sie hat es eigentlich gar nicht in den Bell-Moditions geschafft, weiterzukommen. Aber dann, da kam Nico Santos auf seinem weißen Ross angeritten und hat sie gerettet. Und jetzt ist sie hier. Zum Glück. Viel Spaß mit Céline Abelie. Leute, ich sitze gerade hier oben und gucke mir das alles so an und denke gerade wieder, was ist das für eine geile Show, du Boys of Germany, oder? Ich denke schon. Ich denke auch. Und das Abgefahrene ist, nächstes Jahr sind wir schon in der zehnten Staffel. Und für diese zehnte Staffel suchen wir euch. Wir suchen Sie. Wir suchen die Leute, die singen können und die Bock haben, dieses ganze Ding hier mit uns mitzumachen. Bitte bewertet euch. Kommt vorbei. Wir würden uns riesig freuen. Alles fürs Scouting gibt es auf thevoiceofgermany.de oder jetzt hier nochmal. Also guckt und kommt. Die zehnte Staffel von The Voice of Germany steht an. Und dafür suchen wir wieder die besten Stunden Deutschlands. Es gibt ganz, ganz, ganz selten so außergewöhnliche Stunden wie da. Das ist das Netteste, was er jemals gesagt hat. Das ist etwa. Melden euch an bei der Scouting from The Voice of Germany. Ich bitte dich.